Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist eigentlich schon Mittag, es ist 12.08 Uhr. Ja, es ist gestern ein bisschen länger geworden. Wir haben, glaube ich, bis um kurz nach halb zwei haben wir gespielt. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und dann war ich so aufgekratzt durch das Spiel. Wir haben ja Dead Space 3 gespielt im Koop, dass ich nicht direkt ins Bett gehen konnte. Und dann habe ich noch eine Serie geguckt. Vielleicht eine Folge von hier Jack Ryan auf Amazon Prime. Und was mache ich da eigentlich? Ich gucke gerade mein T-Shirt an. Und dann war es irgendwie um drei oder so. Und dann habe ich gepennt. Und irgendwann heute um, ich glaube, halb neun oder so, hat Jermaine geschrieben, na, bist du schon wach? Das habe ich gar nicht gesehen. Und als ich dann um elf aufs Handy guckte, sah ich die Nachricht und schrieb ihm dann, ja, ich bin jetzt wach. Aber irgendwie ist er gerade wieder verschollen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich werde jetzt erst mal frühstücken, mir meine Socken anziehen und dann werde ich wahrscheinlich was spielen. Gegen 17 Uhr wird mich Ingo abholen heute. Der wohnt wirklich um die Ecke. Das ist so krass. Wir waren ja gestern unterwegs und was essen im Steakhouse. Wobei das Steakhouse sich irgendwie verändert hat. Ich weiß es nicht, ob die Inhaber noch dieselben sind oder nicht. Aber irgendwie war das früher schöner. Vielleicht ist es auch deswegen so, weil ich alt bin. Naja, und dann sind wir noch zum Escape Room gegangen. Das habe ich jetzt die letzten beiden Tage in YouTube ein bisschen in den Videos verheimlicht. Wir waren in einem Escape Room in der Nähe von diesem Steakhouse. Das Thema war die Mönche, the monks, und war in Anlehnung an der Name der Rose. Also als die uns die Geschichte erzählt hat, dachten wir sofort, ja okay, ist der Film. Und hat aber nicht wirklich geholfen, denn die Rätsel als solche waren nicht so easy. Es war auch ein schwerer Raum. Also der war nicht leicht oder mittel, sondern der war schwer. Und wir haben glaube ich zehn Minuten, fast zehn Minuten im Dunkeln gestanden, weil wir nicht wussten, wie wir Licht machen in dem Raum. Es gab ja keinen Lichtschalter. Und da musste erst mal drauf kommen, dass du Licht ausmachen musst, damit anderes Licht angeht. Ich weiß nicht, ob sich das so logisch erschließt. Aber wir haben es dann irgendwann geschafft. Und am Ende hatten wir nicht genügend Zeit. Also wir haben glaube ich eine Stunde, zweieinhalb Minuten gebraucht, statt maximal einer Stunde. Aber es hat ja dann irgendwie doch noch geklappt. War super cool, hat Spaß gemacht. Ingo ist ein bisschen panisch geworden zeitweilig. Der war dann plötzlich weg in einem anderen Raum und rannte irgendwie wie so ein aufgekratzte, was auch immer aufgestochene, nee, wie sagt man denn so? Wie so ein tasmanischer Teufel durch die Gegend und war total hektisch. Und hier das und da. Das war sehr witzig. Also es war echt schön. Ja, also hat Spaß gemacht. Und was ich eigentlich initial gesagt habe, dass er wohnt wirklich um die Ecke. Ich würde sagen so 700, 800 Meter von hier entfernt in einem kleinen Hotel. Der holt mich nach um 17 Uhr ab. Und dann werden wir zusammen zu Andreas' Geburtstagsparty in den Hekkerdamm fahren. Ich bin noch einmal überlegen, wie wir fahren, glaube ich M29. Und dann U7. Und dann müssen wir auch ein paar Sachen einkaufen, denn einen Grill gibt es. Aber wenn man grillen will, muss man sich das irgendwie mitbringen. Und das werden wir dann heute irgendwie noch erledigen beim Edeka oder Rewe. Ich weiß gar nicht, was das da ist. Uns noch ein paar Grillsachen zulegen. Ja, und bis dahin, wie gesagt, werde ich ein bisschen spielen, vielleicht auch streamen, mal gucken. Aber jetzt erst mal frühstücken. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen angenehmen Samstag. Tag hier in Berlin ist es windig, aber nicht so krass bewölkt. Sonne scheint. Ich weiß gar nicht, 20, 22 Grad sind irgendwas in dem Dreh. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns heute nochmal in einem Stream. Und ansonsten vielleicht heute Abend nochmal mit Enno zusammen. Vielleicht haben wir nochmal Bock und Zeit und Lust auf eine Runde Dead Space 3. Und ansonsten sehen wir uns dann spätestens morgen beim nächsten täglichen Vlog. Also, bis dann. Einen schönen Tag. Tschüss.